Renault 4 E-Tec 100% elektrisch Metamorphose einer Legende Der Renault 4, ein wahrer Ikonmodell, das in den 1960er Jahren die Herzen vieler Autofahrer eroberte, erlebt mit der Einführung des Renault 4 E-Tec 100% elektrisch ein beeindruckendes Metamorphose. Dieses neueste Modell kombiniert nostalgische Design-Elemente mit modernster Elektromobilität und bewahrt gleichzeitig den einzigartigen Charakter, der den ursprünglichen Renault 4 auszeichnete. Das auffalligste Merkmal des neuen Renault 4 E-Tec ist der markante Kühlergrill, dessen Konturen nicht nur modern aussieht, sondern auch die ikonischen Renault-Logos eindrucksvoll zur Geltung bringt. Dieses Design-Element lebt sich deutlich von herkömmlichem Kühlergrill ab und signalisiert die Zukunft der Marke Renault im Bereich der Elektromobilität. Die dreiteiligen Rückleuchten des Renault 4 E-Tecs elektrisch sind ein weiteres Highlight. Dank der fortschrittlichen LED-Technologie sind sie nicht nur Energiesparen, sondern verleihen dem Fahrzeug auch eine lebendige Ausstrahlung. Durch die charakterischen LED-Signaturen wird der einzigartige Charakter des Fahrzeuges zusätzlich unterstrichen. Ein nostalgisches Element des ursprünglichen Renault 4 ist das hintere Seitenfenster, kehrt in seiner charakterischen Form zurück. Auch das Dachdesign bleibt in Originaltreue, erhält jedoch an moderne Akzente durch die Integration von praktischen Dachträgern. Das neue elektrische betriebene Stofftag ermöglicht eine verklebene Nutzung und stärkt das Gefühl von Freiheit und Abenteuer beim Fahren. Der Renault 4 E-Tecs elektrisch stellt ein bemerkendes Beispiel für den Übergang von Verbrennungsmotoren zur Elektromobilität dar. Renault hat sich darauf spezialisiert, erstklassige elektrische Technologie zu integrieren, die nicht nur umweltfreundlich sind, sondern auch herausragende Leistungen bieten. Die Möglichkeiten, den Renault 4 zur optimalen Zeit aufzuladen, sowie die bilddirektionale Ladefunktion, die ermöglicht, die Fahrzeuge als Energiezwelle zu nutzen, sind Beispiele für innovative Ansätze, die Nutzung maximaler Flexibilität bietet. Mit einer Länge von 4,14 m ist der Renault 4 E-Tec elektrisch kompakt und wendig, überzeugt jedoch gleichzeitig mit einem großzügigen Innenraum. Die Ingenieure von Renault haben es geschafft, den Raum so zu gestalten, dass Fahrer und Passagiere komfortabel Platz finden. Die niedrige Ladekante erleichtert das Beladen und verstärkt den praktischen Charakter des Fahrzeugs. Der Renault 4 E-Tec elektrisch ist nicht mehr als ein einfach neues Modell. Er ist eine Hommage an die eine Automobil-Ikone, die sich erfolgreich in die moderne Welt der Elektromobilität transformiert hat. Mit den harmonischen Verbindungen von Retro-Design und innotaritiver Technik stellt Resort sicher, dass dieses neue Variante nicht nur als Erinnerung weckt, sondern auch für künftige Generationen von Bedeutung ist. Die Kombination aus nostalgischen Design-Elementen, moderner Technologie und hervorragender Platzangebot macht den Renault 4 E-Tec 100 elektrisch zu einem spannenden Fahrzeug für alle, die eine Verbindung zwischen Vergangenheit und Zukunft suchen. Renault zeigt mit diesem neuen Modell, dass die Straße der Zukunft ebenso spannend sein können wie die der Vergangenheit. Wenn Ihnen das Video gefällt, dann schauen Sie auch andere und folgen Sie uns, um nichts zu verpassen. Ihr Tim von Klarawan & Kars Kars